ja freunde hier sind wir wieder in der silver lounge und guck mal wer da ist wer da kommt der herr hoxton ist wieder da aus dem nirvana nichts ich meine hier wieder so dann gehen wir mal hier runter und da werden schon die nächsten gegner angezeigt da kommen sie schon ich hab einfach nur drauf das war jetzt lustig oder hier gesehen lustig dann nur drauf gehalten normalerweise müssen wir klamotten objekte finden ja aber ich habe mir die kitze schon mal gut ach guck mal hier ist der johnny warte mal ich den schlüssel weg johnny gebeten schlüssel zum kontrollraum kommen wir da jetzt hoch wir haben hier gerade gelesen johnny hat sie kiel ja jawohl ja ist das zweite noch drei stück habe ich weiß jetzt nicht der hox leute also wir dürfen ihm kein spice gehen sonst fängt er an bis ich zu erlaub da kommen sie mal ran hier ja möchten sie auch nicht was ich nehmen dann werden sie bis sich mal aber wenn sie den medikit brauchen hier nicht eins ja bei ihnen nicht da eins oder ja gerne oh ja super jetzt haben wieder vier stück jetzt geht's wieder zur drogenküche rock kitchen na toll guten tag oh nein oh nein da stehen sie schon passen sie auf wenn man geschützt sofort hier hin sich hier auch legen die tür dass man zu direkt hier vorne warten sie warten sie stehen da bleiben sie aus der sichtbereich meinen meinen geschütz hat irgendwie ein kleines problem gemacht und die tür könnte man auch öffnen die machen aber nicht auf immer nur eine auf waren sie zehn sekunden noch zehn sekunden noch dann kann ich den schütz dahin stellen ich habe versehentlich schnell gedrückt vier drei zwei eins durch kann geschütz auswählen und das geschützt stelle ich jetzt wir verschenzen sie irgendwo sicht beeinträchtigt ich weiß nicht ob es funktioniert ich aktiviere agent lee's impuls sensor damit sollten sie gegner in der nähe aufspüren können noch nicht da ist ein heilemann der holt die alle zu unter macht also keinen sinn wenn wir auf sie schießen wir müssen erst den heilemann weg machen ich sehe es gerade im der heile mann macht was er will ja ich komme als den heile mann hier kriegt heile mann ist da und rolle macht den heile mann hier sehr schön gemacht die anderen kümmern nix ist weg um ist noch ein gelber fetter ich würde mal ein vor ja ich sehe den du mein sniper halt mit ihm vom leib ja noch ist er ja oben pass auf da kommt einer zu ihn das noch ein heile mann ja ich hab's gesehen jetzt müssen wir uns die holen da oben ich hole mir den sniper da oben vorsicht ich kann nur immer dann gehen wenn der hat mich schon wieder fast die rüstung weg ich komme nicht an den rang ok der eine lilan ist weg und wieder eine ganze armada aber kein heile mann schwebe verwundung entdeckt fliege können sie zu mir krabbeln ja du ich wollte ich habe nichts gesehen ist auch weg ja so viel hätte sie rauf kommen müssen ja mir die sicht genommen ich konnte nicht nur noch weg springen ich wollte ich gebe auf gibt dann auf eben kein lebenszeichen bei agent naja so viel war das jetzt nicht mal rufen so auf und geschützt von rein hier sofort rein hier sich beeinträchtigt ja ich wollte ihn heile mann aber weg machen wenn ich sie... ach da hinten sind sie wir sollten die gegner in der nähe aufspüren haben komm schon agent probier mal und dann komm und tanz mit mir ich bin ein kind auf dem dancefloor ich bin auch gleich mit mir ich bin auch mal erforderlich ich krieg den da oben nicht ich krieg den da oben nicht wir stehen auch total beschissen hier wir hätten auch die andere tür aufmachen sollen sag ich dir ganz ehrlich hol mich mal zurück hin geht hin geht bist du bist du dir an es ist noch gemacht das schmeißt aber immer noch irgendwann dann heilemann ich muss an den rand kommen irgendwie halte man ist da und fast auch aber macht nichts die medikin ich hab keins mehr da kommen wir welche runter der lebt nach ja super schließt ja alle durch halten sie durch ich kann hier nicht aus ist der draußen der ist hier mit so einem geschützdingen da soll es ist ab platz nur noch der gelbe oben aber der heilemann ist so und dauernd das muss noch mal ich habe aber keinen heilertipps merne da oben da sind zwei ja zwei gelbe ein roter ein gelber geschützt hier oben hin da hinten sind oder wie ein sniper ist da muss hier weg der gewichter da sind vier stück hier mein geschützt stellen geschützt wird er aufgaben schon ich weiß noch eine rolle die müsste auch her ein paar oben ist dauernd war ja klar dass das system nicht durch hier kann ich ein bergungs team schicken hervorragende arbeit war anstrengend scheiße die leiche markieren soll ich machen moment noch nicht lass uns erstmal einsammeln leck mich am arsch wieder ja wenn schlicht so ich hole mir jetzt ich mache jetzt halt mit der leiche bereit ich markiere die leiche ja nicht anlehnen an der leiche wo geht es hin ich kann hier interagieren ach du scheiße was machen sie denn fuck ganz stolz ich kann hier interagieren ich dachte ich werde zu scheuer die gute ist was ich kacke oh mann ist da auch ein heilermann bei der war ein fette an der soll warten wir mal ich hab doch doch gar nicht doch gar nicht ich krieg den nicht haben sie da was abgeschossen bei dem dicken ich bin dabei ich hab aber zu viele gegner hier aber meine energie also da wo sie sich nicht feststellen ist der ich ging na mini boah ich krieg sofort einen verflättet hier okay aua ich bin down ich bin nicht ganz einfach ganz tief nein mich hat jemand getroffen nein die müssen hier die treppe rauf kommen super ich muss hier überhaupt nicht ich muss erstmal überleben irgendeine was schießt mir hier ja zurückziehen tut mir leid sie müssen neues bohren geht nicht anders ich kann super stille gar nicht mehr ich kann keinen schritt machen ohne dass die da irgendwie aktiv werden ich weiß nicht die schien da ich weiß nicht die schien da so einer ist dauerung jetzt ist er dauernde dicke augenlein da und jawohl danke aber noch einer irgendwo leute was ein level der mit dem schild ist ja da hinten ist noch ein gelber geradeaus vor ihm zwölf uhr in einem roter der rote ist weg der gelbe ist noch immer da und die mir meine sniper die miri hat oder ist ein heilemann scheiße man ist ein scheiß schwer ja von dahinten da können sie reinballern wie sie wollen doch 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 ich habe einen weg gemacht ja einen aber die hauptperson treffen sie ich will sie von hier den heilemann sicher ist der noch da glaube ich habe ihn getroffen da ist der dicke der heilemann die apothekerin als die hauptgegnerin da soll ich doch ihre eigene heilerin ich habe kein medikid mehr das heißt ich habe kaum munition hier dafür meine super sniper nichts mehr muss dann mit dem dienst reichen ja wir müssen uns die packen da bringt alles nichts aber aber ich verstehe die eine wand lebt sind geplästert zwei ein gott mit haut hier auch noch ab das sagt nehmen sie mal medikid sie sind fast da und nein ich bin noch nicht da sind ja nicht mehr füge ich hab gerade meditiert klar doch da ja ich baller die jetzt wo die eines weg die dicke nur der haupt gegner ich jetzt so viel von mir da ja die halten wir müssen die so der so ein dicken und du musst auch mal die halt ja auch die anderen die halt wieder jemanden ja ja Ich bin gleich weg. Komm hoch. ja die smic ja man wollte die straßen von den drogen befreien ich wünschte sie würde noch leben ich lasse die leiche holen und sie angemessen begraben sie haben tolle arbeit geleistet das grünes leute leute wir lassen aber euch noch dabei eben schnell soeben schnell wieder nicht meinen sie einsatzgebiet verlassen ja wir haben aber noch nicht alle funksprüche wir haben noch nicht den schlüsselanhänger wir haben noch gar nichts wahren sie mal eben ich muss mal eben ganz kurz hier bevor sie da was sagen den platz stimmt das müssen wir noch machen wir haben nämlich gar nichts gefunden richtig und das wird nicht so einfach dann würde ich mal sagen dass sie uns beim nächsten folge weiter und dann nehmen wir euch mit und zeigen wie es weitergeht